Bundles und Variationen als Verkaufstrends Bundlesets und Variationen sind für viele Hände eine zusätzliche Möglichkeit, lukrative Angebote zu gestalten und mehr Verkäufe zu erzielen. Mit der Funktion für Produktsets in Variationsset von Afterbuy könnt ihr Produktsets mit verschiedenen Varianten erstellen und noch effizientere Bundles verkaufen. Der Bestand wird dabei automatisch reduziert, sodass ihr immer den direkten Überblick über euer Lager behaltet. Wie genau funktioniert das und mit welchen Tricks ihr so euren Umsatz verbessert, zeigen wir in diesem Video. Online-Händler nutzen Afterbuy. Die All-in-One-Lösung für den E-Commerce. 14 Tage kostenlos testen auf afterbuy.de Wie funktioniert Produktsets in Variationssets? Bisher könnt ihr einzelne Variationsset und Produktsets anlegen. Variationssets bilden dabei verschiedene Varianten eines Stammproduktes ab, wie beispielsweise verschiedenfarbige Pullover. Mit Produktsets erstellt ihr Bundles aus kombinierten Stammartikeln, sowie ein Set aus einem Pullover und einer Jogginghose. Wie ihr mit wenigen Klicks eine Variation erstellt oder ein Produkt anlegt, findet ihr in dem hier verlinkten Tutorial. Dank der neuen Beta-Funktion Produktsets in Variationssets könnt ihr jetzt auch Produktsets in Variationssets anbieten. Also das Homeoffice-Bundle, Pullover und Jogginghose in verschiedenen Farben. Der Kunde kann direkt im Produktset zwischen den verschiedenen Farb- und Größenvarianten wählen. Alle Artikel und Varianten sind separat, aber auch als Bundle kaufbar. Komplexe Produktsets mit umfangreichen Variationen. Dadurch sind auch Lösungen für komplexere Konstruktionen möglich, wie umfangreiche Stücklisten. Ein Beispiel dafür ist Schaukeln, die aus verschiedenen Stangen und Einzelteilen bestehen. Alle Einzelprodukte sind als Standardprodukt mit einem eigenen Bestand und Preis an Afterbuy angelegt. Es gibt viele Einzelteile, die für alle Schaukelarten benötigt werden, wie Schrauben oder Schaukelsitze. Es gibt auch Einzelteile, die nur zu bestimmten Schaukelarten gehören. Damit eine Schaukelvariante nicht mehr gekauft werden kann, wenn mindestens eins der Einzelteile nicht mehr verfügbar ist, legt ihr die Schaukeln als Produktsets in Variationssets an. Über diese Variation bietet ihr dem Kunden verschiedene Auswahlmöglichkeiten an, wie zum Beispiel die Anzahl der Schaukelsitze, die Höhe oder das Material. Für jede Variationsmöglichkeit kann das passende Produktset bestehend aus den einzelnen Standardprodukten hinterlegt werden. Wie legt ihr Produktsets in Variationssets an? Produktsets einem Variationsset hinzufügen ist genauso einfach wie das Zuordnen von Stammprodukten zu einer Variation. Ihr könnt unter Produktverwaltung, Produkte, ein ausgewähltes Produktset einer Variation zuordnen. Öffnet dazu das Variationsset, klickt auf Produkte zuweisen, weitere Produkte zu diesem Variationsset zuweisen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wählt hier das Produktset aus, das ihr dem Variationsset zuweisen möchtet. Fügt ein oder mehrere Produktsets hinzu, indem ihr auf den Plus-Button klickt oder das Produktset markiert und die Aktion Zuweisen ausführt. Speichert die Änderungen im Variationsset ab. Eure Produktsets in Variationsset erscheinen dann automatisch in eurem Afterbuy-Online-Shop. Wenn ihr eure neuen Sets auch auf Amazon, Ebay und Co. listen möchtet, könnt ihr diese wie gewohnt über das Hammersymbol oder aber auch gesammelt aus der Produktverwaltung einstellen. Genaue Erklärung dazu findet ihr in unserer neuen Dokumentation. Nutzt die Funktion Produktsets im Variationsset und abonniert unseren Kanal für weitere Tutorials und Tipps rund um den E-Commerce.